Wir kriegen jetzt diesen Turm nicht mehr. Wir müssen ja den Midtower machen, sonst können wir dann... Jetzt fick dich mit dem Drachen, Alter. Mann, ey. Jetzt kommen wir aus da je und alle, Alter, abhauen, oder? Greif doch an, Akali! Arthrox, du Schwuchtel! Schade, ey. Jetzt den Turm, oder was? Gewiss. Gewiss. Bist du down? Wir nach. Wenn ich hier Kills mit meiner Schwuchtel-Attacke kriege, ist mir immer noch ein Rätsel wert. Ich weiß gar nicht mehr, wohin jetzt, Alter. Aber ich habe keinen Bock, Alter. Schon nicht. Ich habe keine Angst vor dir, ich kann. Ah. Einer muss ja klicken, ne? Ne, zwei, immer vier gegen eins. Gegenein, die anderen sind noch hochmotiviert, Alter. Vorsicht! Ich kann die jetzt natürlich auch feeden. Nein. Nein. Die anderen sind noch hoch. ja Wohooo! Jack in the Box Ich zeige euch den Weg Das war aber neus Gott, dieser Aatrox ist doch komplett bescheuert Ich mach nie den, Alter Ich zeige euch den Weg Machen die Tower Die werden jetzt wohl gewinnen, wa? Ja, klar Ich zeige euch den Weg Ich zeige euch den Weg Ich schlau' dich da muss ich töten ich will nicht mehr sterben und was ist der 2 bis 3 bis 3 gleich 9 nr lieblings da gar nicht ich habe keine Lust mehr aus den Präsenz Wurzeln oder hinstellen ist mehr stellen das machen wir denn jetzt aus dem Städter wiederum wie so ein kleiner Wanderer immer noch nicht den Mittag eine weiße Entschließung das macht jetzt vielleicht mal an ich tank jetzt einfach den Mittag haha Arthrox, Leute wir werden da wieder richtig schön abgeschmutzelt wiederum und siehe nicht nicht zum Drachen nicht zum Drachen heute wird es nicht Prozent die Leute dahin loben sie Juhu Kein bock mehr ich habe nicht heute das war doch mal für eine aufgabe stimmen Oh Gott Junge sind die Suske oder was Hey Ich mach eine Attacke Ich mach Bekdo Wombo Botnain komplett hoch hin Ich mach Bekdo 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 Die Versallen dringend schon in die Base ein Ich mach Bekdo Ich mach Bekdo Ich mach Bekdo Ich mach Bekdo Oh ich schwitze Alter Schreib jetzt einfach Glaser Go back Doro too Gleaser Ok Go back Dora Ich zeige euch den Weg. Ich bin tot. We have to keep them occupied. Ach, als wäre mal geil, wenn du auch mal anwalst, Alter. Mach Q! Q! Ja, habe ich schon ein paar Mal, Alter. Ah, so eine Dreifach-Sätze. Jetzt ist es vorbei. Ne, jetzt haben wir den Twisted Fate. Ne, jetzt schwendet sich das Plot. Jetzt ist unser Inhibitor. Unser Inhibitor. Hast du schon gebraucht, Alter? Klar. Boah, stinkt wie fast Mehl, Alter. Ohne Tüte am Morgen. Geht's nicht. Wer soll denn? Ich mach meine, alles bis Sieg Ulti. Offenfalls ein. Wir sollen neben uns auseinanderhalten. Ja, das ist alles vorbei. Wir wollen noch nicht erst auf noch weiterkämpfen, oder? Ich zeige euch den Weg. So, Attacke. Alle drauf, oder was? Ja. Sona! Let's fight for freedom. Wo seid ihr Loops? Arthrox! So, jetzt haben wir ja was verloren. Arthrox, zu gehen, zu leid. Schau mal Akali an, das ist so gay, ne? Was machen die denn jetzt noch? Ist vorbei. Ist vorbei. Was? In 20 Sekunden bin ich wieder weg. He's straight for 9 tippen, alter. Ist doch alles drin. Oh, das hat jetzt 40 Minuten gedauert, alter. Unbelievable shitty. Die letzten Impressionen. Ich bin ein rechter Mann. In 20 Sekunden. Was ich hier kürze! Gute! Chuiere! Ruhige! Das ist alles. Ich bin nicht so glücklich, aber ich gehe jetzt vor. Ich bin nicht so glücklich, das war noch kein Problem.